Wer fängt an? Du fängst an. Zwei. Vierundreißig. Sechs. Zehn. Leider falsch. Das ist nicht falsch. Du warst nicht so schnell dabei. Wer denn? Wenn es falsch ist, ist es falsch. Wieso Kai Smietz? Hat die Nummer 10 gehabt in Stuttgart. Die Rückennummer 10. Und hat gespielt. Hat sogar mit das entscheidende Tor geworfen. Also es ist richtig. Stimmt's? Ich weiß nicht, welche Nummer Kai hatte. Nee, Gisli hatte die 10 schon immer. Kai hatte aber auch die 10. Guck mal Kai Smietz. Die 20 Kai Smietz. Dann hab ich falsch. Doch falsch, oder? Dann bin ich falsch. Also doch 1-0, oder? 1-0, ja. Stimmt ja die 20. Aber erstmal diskutieren. Frau Felbert Schwartow. Die heißen jetzt anders. Die heißen jetzt... Lübeck. Schwartow. Schöne Grüße an meine Heimat. Wilhelmshaven HV. THSV Eisernach mit der coolsten Hymne. Ähm... Bietigheim. TVM Stetten. Kennst du? Nee, komm. Hör mal auf, mein Schöne. Du irritierst mich, ey. Machen wir doch 5. Ja komm, ey. Na los, jetzt einer wird dir noch einfallen. 3... Machen nochmal 5. 2... Champions-Wichtiger. 1... Das gibst du gar nicht. Warte, ich stehe gerade auf dem Schlaf, wenn wir mich alle angucken. 3... Dormann. Bayer Dormann. War gerade noch so in der Zeit. Ja, Glück gehabt. Hamm. Ach, war es vorhanden. Stimmt. Äh... Jetzt geht das wieder von vorne los, ne? Durch die Weitschaft Wilhelmshaven. Dessau und... Fürstenfeldbrock ist aufgestiegen. Stark. Ich gehe jetzt Risiko, weil ich weiß nicht mehr, ob wir das schon hatten. TVM Stetten? Das hast du gesagt. Hab ich so? Yes. Das war der erste Punkt für Lukas. Vada Skopje. SC Magdeburg. Na klar, dass du das sagst. Ich dachte eigentlich, du sagst das schon. Terwekil. Na klar, dass du das sagst. Flensburg-Hannewitt. SG Flensburg-Hannewitt, entschuldigung. Nicht, dass es hier zu Streitigkeiten kommt. Montpellier. FC Barcelona. Oh. Hier machen wir noch fünf. Vier. Weschbrennen. Telekom Weschbrennen. Damals. Früher. Damals. Was hättest du noch gehabt? HSV Hamburg. Ach, ich hätte noch fünf oder so geführt. Ja, komm, ey. Jetzt hätte ich. Ich höre mich auf. Von Bündel den Sieg am 8. gewinnen. Mit 2 zu 1. Ja. Wuhu. Glückwunsch Matze. Nächstes Jahr, Lukas. Kopf hoch. Alles gut, keine. Ja, ja. Das wäre toll. Ich stope noch. �